Diese hier angebotene E2-Zimmerwohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nummlierten Wohnung liegt bei ca. 42 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 550 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017